Fürsache, ich bin der Reinhold Messner. Ich habe definitiv eine sehr blonde Frau für Achttausender abzugeben. Sie ist nur einmal bestiegen. Ruft's an. Hallo, ich bin der Yeti. Glaub dem Messner kein Wort. Ich war auch schon drauf, aber ohne Sauerstoff. Servus. Mein Blutsbruder und ich, wir suchen dringend einen Job als Stand-Up-Comedian. Hier ein paar Ausschnitte aus unserem aktuellen Comedy-Programm. Die Show des Manitou. How is the weather today? Wer geht mit mir auf den Christopher-Street-Day? How? At Carpenter. Hallo Kinder, ich bin Kasper Lü. Habt ihr heute schon in den Busch geschifft? How? Sau Aufgaben. Hallo, ich bin vor kurzem eine Frau geworden und Sie können das auch. Hallo, ich will kein Körper finden. Vielen Dank.